Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer Reihe Glaubenskunde. Unser Thema heute heißt Engel, die heimlichen Helfer des Himmels. Merta Luise, Prinzessin von Norwegen, betreibt eine Engelsschule. Dort lernen die Studenten, wie man Kontakt aufnimmt mit den Engeln und wie man die Kraft der Engel nutzt, um im persönlichen Leben erfolgreich und zufrieden sein zu können. Oder da gibt es den christlichen Buchautor, der ein Buch über Engel schreibt, in dem die Engel ganz verschiedene Lebensbereiche abdecken und für diese Lebensbereiche zuständig sind. Da gibt es den Engel des Risikos, den Engel des Lächelns, den Engel der Integration. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Doch die Hochkonjunktur hat ihre Tücken. Schnell gleitet man ab in den Bereich der Spekulation, in die Esoterik oder sogar in den Okkultismus. Ganz auf der anderen Seite gibt es wiederum die Leugnung der Engel. Es wird davon ausgegangen, dass es gar keine Engel gibt. Solche Leugner der Engel gab es schon zu Zeiten Jesu. Da gab es eine kleine theologische Splittergruppe, die Sadduzea, und die lehrten, dass es keine Engel, keine Geistwesen, auch keine Auferstehung gibt. Auf dieser Linie bewegen sich auch heute manche historisch-kritische Theologen, die auch wiederum sagen, die Engel sind Ausfluss antiker Mythologie und es gäbe sie heute nicht mehr. Wenn man von einer rein empirisch orientierten Weltsicht ausgeht, dann gilt, ich glaube, was ich sehe. Doch die Engel haben dabei schlechte Karten, denn im Regelfall sind sie für uns Menschen unsichtbar. Wir müssen sozusagen wie Odysseus durch die Meeresenge, auf der einen Seite ein Ungeheuer, auf der anderen Seite ein Ungeheuer, müssen wir durch diese Meeresenge zwischen Skylar und Charybdis hindurch. Und wir wollen dabei die Bibel zur Hilfe nehmen. Wir wollen die Bibel fragen, wie ist das? Auf der einen Seite Engel-Euphorie, auf der anderen Seite die Leugnung der Engel. Wie kommen wir dort hindurch? Wir fragen zuerst einmal nach der Wirklichkeit, der Existenz der Engel. Der erste Punkt heißt, Engel gibt es sie wirklich. Die Bibel ist dabei ganz klar. Schon auf den ersten Seiten der Bibel begegnen uns die Cherubim. Sie vertreiben Adam und Eva aus dem Paradies und sie bewachen den Baum des Lebens mit flammenden Schwertern, sodass Adam und Eva nicht zurückkommen und etwa als Sünder ewiges Leben haben. Und dann finden wir am Ende der Offenbarung einen gewaltigen Kampf zwischen dem Erzengel Michael und dem Satan. Jeweils mit ihren Engelheeren kämpfen sie gegeneinander. Und so sehen wir, dass am Anfang der Bibel, am Ende der Bibel uns Engel begegnen. Doch nicht nur da, an circa 300 Stellen zieht sich ein ganz eindeutiges Zeugnis durch die Schrift hindurch. Engel begleiten die Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen. Und damit können wir auf Grundlage der biblischen Offenbarung sagen, ja, Engel, es gibt sie. Sie sind wunderbare Geschöpfe der unsichtbaren Wirklichkeit Gottes. Ich möchte Ihnen einen Vers vorlesen. Er steht im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 16. Dort heißt es von Jesus Christus, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften, Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen worden. Damit ist eines sichtbar geworden. Nämlich, dass es eine unsichtbare Wirklichkeit gibt und dass es in dieser unsichtbaren Wirklichkeit auch Geschöpfe gibt. Wichtig auch, dass es Geschöpfe sind. Also anders als Gott, der ungeschaffen ist, sind Engel Geschöpfe, Wesen der unsichtbaren Wirklichkeit, die Gott gemacht hat. Sie sind nicht geboren, sie sterben auch nicht, sie sind von Gott erschaffen. Wie sehen die Engel eigentlich aus? Augustin hat gesagt, ihr würdet erstarren, wenn ihr die Schönheit der Engel seht. Sie sind Geister, dienstbare Geister, nennt der Hebräerbrief die Engel. Also Geistwesen ohne Körper, aber dann werden sie doch immer wieder als körperliche Gestalten wahrgenommen, zum Teil auch als Männer, obwohl sie nicht wie die Menschen als Männer und Frauen heiraten. Wir merken schon hier, es ist nicht ganz leicht zu fassen, wie die Engel nun aussehen, wie sie sind. Wir können es anhand einiger Beispiele deutlich machen. Da gibt es die schon genannten Cherubim. Das sind mächtige Wesen aus der Thronumgebung Gottes. Sie haben vier Flügel, sie haben vier Gesichter. Da ist das Gesicht eines Menschen, eines Löwen, eines Stieres, eines Adlers in verschiedene Richtungen. Wenn sie sich bewegen, dann bewegen sich andere Räder parallel zu ihnen. Es ist also gewaltig, dort in Hesekiel 1 einmal nachzulesen, was das für Wesen sind. Dann gibt es im Jesaja-Buch die Seraphim. Der Prophet Jesaja sieht den Thron Gottes und er sieht dort auch diese sechsflügeligen Engel, die zwei ihrer Flügel zum Fliegen nehmen, zwei um ihr Angesicht vor Gott zu decken und zwei um ihren Leib zu decken. Und was tun sie dort? Sie beten Gott an. Heilig, heilig, heilig ist der Herrgott Zebaoth und alle Lande sind voll seiner Ehre. Und dann gibt es durch die Schrift hindurch immer wieder den Engel des Herrn. Er taucht an verschiedenen wichtigen Situationen auf und repräsentiert Gott und spricht im Namen Gottes. Ob nun zwei Flügel, ob vier Flügel, ob sechs Flügel oder gar keine Flügel. Wir sehen anhand der Engel, Gott ist ein unglaublich kreativer Gott, der nicht nur hier in der sichtbaren Welt, sondern auch in der unsichtbaren Welt eine Vielzahl von Wesen geschaffen hat. Es kommt noch eine Frage hinzu, gibt es eine Engel-Hierarchie. Im Mittelalter ging man davon aus, dass es dreimal drei Engelchöre gebe. Man findet das auch auf manchen Darstellungen aus der Zeit. Doch die Bibel schweigt über solche genauen Unterscheidungen. Wir wissen allerdings, dass Michael als Erzengel in der Bibel geführt wird. Gabriel, man hält ihn oft für einen Erzengel, wird nicht deutlich so genannt, aber auch hier haben wir eine Führerpersönlichkeit unter den Engeln. In der Offenbarung wird es dann deutlich, da findet in Offenbarung 12 dieser Kampf zwischen Michael und seinen Engel und Satan und seinen Engeln statt. Und so sehen wir, dass es Engelführer gibt, die gewissermaßen weisungsbefugt gegenüber anderen Engeln sind. Es gibt im Übrigen noch die Apokryphen-Bücher. Sie gehören nicht zu den kanonischen Büchern. Und hier finden wir noch weitere Engel. Da gibt es den Raphael und den Uriel oder den Metatron, mit denen wir uns hier nicht weiter beschäftigen möchten. Kommen wir nun zum zweiten Hauptpunkt, Engel. Sie sind erschaffen, um Gott zu verherrlichen. Wir hören auf einen Vers, auf zwei Verse der Offenbarung, Kapitel 7, die Verse 11 und 12. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und um die vier Gestalten und fielen nieder vor den Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen. Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zur Ewigkeit. Amen. Das ist wohl die vornehmste Aufgabe, die die Engel überhaupt haben. Sie sind erschaffen, um Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, der sichtbaren und der unsichtbaren Welt zu ehren, ihn anzubeten, ihn zu preisen, ihm zu danken. Unfassbar groß ist die Zahl der Engel, die den Thron Gottes umgeben. Tausend mal Tausende, die ihm dienten und Zehntausend mal Zehntausende, die vor ihm stehen. So beschreibt es der Prophet Daniel in Kapitel 7. Gott ist herrlich und wunderbar und majestätisch und er ist würdig, angebetet zu werden von allen Geschöpfen des Himmels und der Erde, der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Wenn wir nun in das Neue Testament hineinschauen, in das Leben Jesu, dann sehen wir, wie diese Anbetung, die im Himmel stattfindet zur Ehre Gottes, sich gewissermaßen widerspiegelt im Leben, im Wirken und im Dienst Jesu. Jesus hat einmal gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und so ist es nur konsequent, dass die Engel Jesus auf seinem Weg auf der Erde begleiten. Nicht in einer öffentlichen Verherrlichung, wie es im Himmel geschieht und geschehen wird, sondern im Verborgenen. Da ist der Engel Gabriel, der die Geburt Jesu ankündigt. Da sind die Engel Chöre, die den Hürden, die Geburt des verheißenen Messias ankündigen. Da ist Jesus, der versucht wird in der Wüste und dann treten die Engel zu ihm und stärken ihn. So auch im Garten geht Semane kurz bevor er den schweren Weg ans Kreuz zur Erlösung der Menschheit geht, sind es wiederum Engel, die kommen und ihm zu stärken. Oder bei der Auferstehung. Die Engel sind es, die den Frauen verkündigen, was sucht er den Lebenden bei den Toten. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und dann bei der Wiederkunft. Dann nicht mehr im Verborgenen, sondern dann öffentlich für die ganze Welt sichtbar kehrt Jesus Christus zurück auf diese Erde, begleitet von den Herrscharen der Engel. Und so sehen wir, dass in Jesus Christus Gott selbst auf diese Erde kommt. Und die Engel sind es, die ihm dienen, wie im Himmel, so auf Erden. Und so lesen wir auch in Hebräer 1, Vers 6, und es sollen ihn alle Engel Gottes anbeten. Oder wir lesen im ersten Petrusbrief, Kapitel 3, 22, es sind ihm untertan, also Jesus untertan, alle Engel. Und wir hören auch in der Offenbarung, wie die Engel Gott den Vater und das Lamm, also Christus, das geschlachtet ist, anbeten und ihm die Ehre geben. Und so können wir von den Engeln lernen. Wir lernen von ihnen, dass Gott der Vater würdig ist, angebetet zu werden. Und dass Gott der Vater seinen Sohn in diese Welt gesandt hat, damit wir durch ihn zum Vater kommen und Vater und Sohn gemeinsam als Gott verherrlichen. Die Engel tun einen zweifachen, sie leben einen zweifachen Gottesdienst. Das wird sehr schön im Psalm 103 ausgedrückt. Dort heißt es, lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Da ist einmal das Lob Gottes, der Engel, und dann wiederum der Gehorsam, der Dienst der Engel, die ihr seinen Befehl ausrichtet. Lobet den Herrn und das Ausrichten der Befehle Gottes. Diese beiden Elemente sind das, was die Engel eigentlich ausmacht. Sie sind Anbeter Gottes und sie sind Diener Gottes. Und so kommen wir zu unserem dritten Punkt. Engel, die Diakone des Himmels. Engel, die Diakone des Himmels. Zuerst einmal ein Blick in die Zeit der Patriarchen, also im ersten Buch Mose. Da finden wir Jakob, den Erzvater, den Patriarchen des Volkes Israel. Und er liegt auf dem Boden und schläft und hat einen Traum. Und er sieht in diesem Traum eine Leiter, die die Erde mit dem Himmel verbindet. Und auf dieser Leiter steigen Engel herab und herauf. Und oben an der Leiter steht Gott selbst. Und sichert Jakob noch einmal die Zusagen zu, die Gott schon seinem Vater und Großvater gemacht hatte. Nämlich, dass er das Land einnehmen wird. Dass das Land sein wird, auf dem er dort liegt und schläft. Aber diese Geschichte macht uns deutlich, was die Engel eigentlich tun. Sie verkehren zwischen Himmel und Erde. Sie verbinden gewissermaßen Gott und Mensch. Sie sind nicht selbst die Mittler, denn das ist Jesus Christus. Aber sie stehen im Dienste der Vermittlung zwischen Gott und Mensch. Und in diesem Dienst vermitteln sie göttliche Botschaften. Sie stärken Erschöpfte und sie schützen vor Gefahren. Zuerst einmal übermitteln Engel Botschaften. Das ist eigentlich so ihre Uraufgabe gegenüber den Menschen. Das hebräische Wort Malach und das griechische Wort Angelos sind nicht nur theologische Ausdrücke, sondern sie können ganz profan menschlich den Boten, den Gesandten bezeichnen, der vielleicht wie ein Botschafter Deutschlands in der französischen Botschaft derjenige ist, der im Auftrag des deutschen Staatsoberhauptes handelt, agiert und spricht. So sind die Engel Botschafter des allmächtigen Gottes gegenüber den Menschen auf der Erde. Sie sind es, zum Beispiel, die das Gesetz Gottes vermittelt haben. So lesen wir es an verschiedenen Stellen, zum Beispiel in Galater 3, Vers 19. Oder sie sind es, die gesandt werden, um bestimmte Botschaften wie das wunderbare Ereignis der Geburt des Messias anzukündigen. Engel leisten aber auch ganz praktische Hilfe. Ich lese Hebräer 1, Vers 14 vor. Dort heißt es, sind sie nicht allesamt dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst derer, die das Heil ererben sollen. Und hier steht im griechischen Grundtext das Wort Diakonia. Und so können wir die Engel als himmlische Diakone bezeichnen. Sie sind Dienstleister des Himmels oder himmlische Helfer. Im Auftrag Gottes dienen sie den Menschen, die von Gott auserwählt sind, das Heil zu erben. So sagt es der Hebräerbrief. Dabei bringen sie nicht nur Botschaften, sondern sie können ganz tatkräftig anpacken und helfen und stärken zum Beispiel. Da ist der Prophet Elia. Er ist in der Not. Er ist auf der Flucht. Er soll getötet werden. Und er flüchtet südlich von Beersheba in die Wüste. Erschöpft und lebensmüde legt er sich unter einen Wacholderbusch und schläft ein. Und dann kommt ein Engel, weckt ihn auf und stärkt ihn. Brot und Wasser stehen bei ihm und er darf sich neu stärken für den nächsten Auftrag. Gott versorgt und stärkt den Müden und erschöpften durch einen Diakon des Himmels. Und da gibt es noch einen dritten Bereich. Engel retten und bewahren. Ich las in einem Missionsrundbrief den Bericht zweier Missionarinnen. Sie kamen in einem muslimischen Land mit ihrem Auto auf einem Marktplatz in eine aufgebrachte Menschenmenge. Und plötzlich merkten sie, sie sind in großer Gefahr. Die Menschen waren aufgebracht durch ein Ereignis, das in der westlichen Welt stattfand, aber viele Menschen in der islamischen Welt sehr, sehr aufbrachte. Und nun kamen sie in diese tobende Menge und saßen dort als Weiße in ihrem Auto und sie merkten, wir sind hier in Todesgefahr. Und plötzlich kamen zwei Männer an das Auto heran, wie aus dem Nichts, öffneten die Türen und begleiteten die Frauen aus dem Auto heraus durch diese Menschenmenge und sie waren in Sicherheit. Wir wissen nicht, ob das Engel waren. Und das wurde auch in diesem Missionsrundbrief nicht gesagt. Aber es wurde die Frage gestellt, waren das Engel? Denn die Männer verschwanden und keiner wusste, wer sie waren. Warum halfen sie und woher kamen sie? Und die Bibel zeigt uns, dass Gott immer wieder in ganz brenzlichen, gefährlichen Situationen Menschen durch Engel bewahrt hat und gerettet hat. Denken wir an Lot, der in Sodom und Gomorra vor der Zerstörung dieser Städte ist und dann durch den Einsatz von Engeln aus der Stadt herausgeführt wird. Denken wir auch an Daniel, der unter hungrigen Löwen in der Löwengrube sitzt. Und es ist ein Engel, den Gott sendet, um die Löwen daran zu hindern, über Daniel herzufallen. Oder ein Petrus im Neuen Testament. Er verkündigt das Evangelium und trotzdem kommt er in das Gefängnis. Und er liegt dort auf dem Boden und schläft und wird unsanft durch einen Stoß geweckt. Wer ist das? Und dieserjenige führt ihn heraus. Er lässt die Ketten zurück. Er führt ihn heraus durch die Türen aus dem Gefängnis in die Stadt hinein. Und Petrus begreift, es ist ein Engel, der mich dort aus der Gefangenschaft befreit. Stellt sich an dieser Stelle eine interessante Frage. Es wird immer wieder gesagt, jeder Mensch hat einen Schutzengel. Und dieser Frage muss man mal nachgehen, denn die Bibel macht eigentlich deutlich, dass die Engel gesandt werden zum Schutz der auserwählten Gottes. Sodass wir nicht automatisch davon ausgehen können, dass jeder ganz automatisch ständig seinen Schutzengel als Begleitstaffel hat. Gott sagt über den Erzengel Michael, dass er der Beschützer des Volkes Israel ist. In Daniel 12, Vers 1. Zu jener Zeit wird Michael, der große Engelfürst, der für dein Volk eintritt, sich aufmachen. Der Engelfürst, der für das Volk Israel, nicht für die anderen Völker, eintritt. Und so auch die Gemeinde Jesu. Da heißt es, sie sind dienstbare Geister zum Dienst gesandt an denen, die das Heil ererben sollen. Oder Jesus, der ebenfalls sagt, dass die Kleinen, die an Jesus glauben, nicht verführt werden sollen. Ihre Engel, ihre Engel im Himmel sehen alle Zeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Das bedeutet nun nicht, dass Gott kategorisch ausschließt, dass es Schutzengel auch für die gibt, die nicht glauben. Gott ist großzügig. Er lässt regnen über die, die Böses tun und Gutes tun. Und so kann er auch seinen Engel einem jeden Menschen zukommen lassen zum Schutz und zum Segen. Doch es ist trügerisch. Sich nun darauf zu verlassen, Gott auszuklammern und zu sagen, ich habe einen Engel, der mich beschützt. Und Gott, den dreieinigen Gott, darüber zu vergessen. Dabei brauchen wir doch diesen Schutz der Engel. Immer wieder kommt man in brenzlige Situationen, wo man keine Kontrolle hat. Ich denke an die schreckliche Situation, als ich auf einer Bundesstraße stand und meine Söhne von der Seite auf die Straße liefen, weil sie dachten, wo Vater ist, wo Papa ist, da bin ich sicher. Und mir kam ein Lkw entgegen. Ich wollte jemandem helfen. Es war eine schreckliche Situation. Auch da, ich weiß nicht, wer half. Aber wir brauchen in solchen brenzligen Situationen den Schutz der Engel Gottes. Und wir lesen in der Bibel, dass Gott den Engeln genau diesen Auftrag gegeben hat. Im Psalm 91, Vers 11 und 12 steht solch ein wunderbarer Vers. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Und so wollen wir Gott vertrauen, dass er seine Engel sendet zur rechten Zeit. Und wir wollen ihn bitten, dass er seine Engel sendet, um uns zu beschützen und zu behüten, uns in Gefahr zu bewahren und aus der Not heraus zu retten. Nun kommt noch ein weiterer, ein vierter Aspekt des diakonischen Auftrages der Engel zu, den wir uns anschauen müssen. Und zwar ist das ein etwas unbequemer Gedanke. Wir haben so die Vorstellung von Engeln, wenn wir an das Bild der Sixtinischen Madonna von Raphael denken, dann sind dort im Bild auch zwei Engel so lausbübisch reinblickend zu sehen. Und wir tun uns schwer, Engel mit negativen Dingen zu verbinden. Und doch, Engel sind gewissermaßen die Exekutive Gottes. Sie führen das Gericht Gottes aus. Ein wahrlich unbequemer Dienst, aber sie werden ausgesandt, um solches zu tun. Da ist König Hiskia in Jerusalem eingeschlossen durch die assyrische Armee. Jerusalem ist in großer Not. Hiskia fleht zu Gott. Und Gott sendet seinen Engel, um im Lager der assyrischen Armee 185.000 Mann sterben zu lassen. Gericht. Oder das Herodes Agrippa, der Gott die Ehre verweigert. Und der Engel des Herrn wird gesandt, um Herodes Agrippa mit dem Tod zu schlagen. Und wir lesen am Ende der Menschheit in den Zeiten der letzten Trübsal, in den Zeiten des Gerichtes Gottes. Da heißt es in Offenbarung 16, Vers 1, da bekommen die Engel den Auftrag hinzugehen und den Zorn Gottes auf die Erde auszugießen. Geht hin und gießt aus die sieben Schalen des Zornes Gottes auf die Erde. Engel sind die Exekutive Gottes, die Ausführenden des Gerichtes Gottes. Kommen wir nun zu einem vierten Bereich. Und zwar geht es hier um den Fall der Engel und den Tag des Gerichts. Auch hier wiederum, wir haben oft das Bild von Engeln als Unschuldengel. Sie sind das Sinnbild der Reinheit. Man hat eine Engelsgeduld und das trifft auch zu. Und doch ist das nur die eine Seite, die helle Seite der Engelswelt. Es gibt auch die andere Seite, die dunkle Seite. Und hier ist nun die Figur, die Person des Satans, eine ganz entscheidende Persönlichkeit aus der Engelswelt. Die Bibel bezeugt, dass es wohl einen Sturz gegeben hat, eines hohen, ranghohen Engelswesens. Es ist dabei nicht völlig klar, dass es Satan ist. Aber sowohl Jesaja und auch Hesekiel berichten von einem schirmenden Cherub, der ein reines Wesen war, geschaffen zur Ehre Gottes, der dann aber versuchte, seinen Thron höher zu setzen als Gott. Ja, Gott gleich zu sein und einen dunklen Vertrag machte. Und dann von Gott als Strafe für dieses Aufbegehren gegen die Macht Gottes, gegen den Glanz und die Majestät Gottes hinuntergestoßen wurde. Der Fall Satans. Und in der Folge dann die Verführung der Menschheit. Die Verführung von Adam und Eva. Satan verkleidet sich als Schlange. Und wir lesen im zweiten Korintherbrief, dass Satan sich bis heute verkleidet, unter anderem auch als Engel des Lichts. Was uns wiederum ein wichtiger Gedanke ist, insofern, dass es uns aufhorchen lässt. Vorsicht, Satan kann sich verkleiden und verstellen und als ein positiver Engel erscheinen. Und so ist jegliche Beschäftigung mit der Engelswelt immer auch mit Gefahren verbunden. Darauf kommen wir gleich noch zurück. Zuerst einmal, was passiert mit diesen Engeln, die sich in der Folge, denn nicht nur Satan hatte diesen Fall erlebt, sondern er hat gleichzeitig einen Teil der Engel mit sich genommen. Und nun kommt am Ende der Zeiten ein apokalyptischer Endkampf. Hier ist Michael, der Erzengel, der mit den Engeln Gottes zusammen gegen Satan und seine Engel kämpft. Es kommt zu einem letzten Aufbäumen Satans. Noch einmal verführt er die Völkerwelt. Aber dann am Ende das Gericht über die Engel. Satan wird in den feurigen Fuhl geworfen, zusammen mit ihm die Dämonen und die Engel, die gegen Gott kämpften. Wir hören auf das Wort aus dem zweiten Petrusbrief, Kapitel 2 bis 4, was vom Gericht über die Engel spricht. Denn Gott hat selbst die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern hat sie mit Ketten der Finsternis in die Hölle gestoßen und übergeben, damit sie für das Gericht festgehalten werden. Kommen wir nun zu einem weiteren letzten Punkt, nämlich unser ganz persönliches Verhältnis zu den Engeln. Und da ist der erste Gedanke, dass es gilt, Distanz zu wahren. Warum? Nicht ohne Grund hat Gott die unsichtbare Wirklichkeit vor unseren Augen verborgen. Es ist wie ein Vorhang, der vor unseren Augen ist. Und die Engel sind hinter diesem Vorhang. Sie sind uns nicht sichtbar gemacht worden. Und Gott hat das nicht ohne Grund gemacht. Und deshalb gilt es für uns, dass wir nicht eigenmächtig versuchen, durch diesen Vorhang in die Welt der Engel einzudringen. Denn wenn wir es tun, kommen wir schnell in einen Bereich, der von Satan und seinen Engel kontrolliert wird. Und wir haben keine Kontrolle und Macht darüber. Wir liefern uns einer fremden, dunklen, bedrohlichen und verführerischen Macht aus. Die Engel Gottes möchten nicht, dass wir mit ihnen Kontakt aufnehmen. Sie möchten nicht, dass wir über sie spekulieren. Sie möchten nicht, dass wir ihnen Namen geben, sie in unser Leben einladen, wie es manchmal heißt, sie befragen oder gar verehren. Wie es Paulus dann im zweiten, im Kolosserbrief, Kapitel 2 sagt, dass es Menschen gibt, die sich gefallen darin, dass sie die Engel verehren, aber letztlich darüber Christus vergessen. Die Engel sind ihnen wichtiger geworden als der Sohn Gottes. Und aufgrund dieser Gefahren heißt es nüchtern Distanz waren. Aber wir können auf der anderen Seite den Engeln Freude bereiten. Das ist möglich. Wir können hier auf der Erde Dinge tun, über die Engel sich riesig freuen. Und ich finde, es lohnt sich, in diese Richtung zu denken und zu gehen. So sagt Jesus im Gleichnis vom verlorenen Groschen. So sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Aha, hier ist Freude bei den Engeln im Himmel über einen Menschen, der auf der Erde zu Gott findet, der sein altes Leben hinter sich lässt und ein neues Leben mit Gott beginnt, der sich vielleicht sogar durch die Vergebung Jesu von dunklen Mächten, von dunklen Engelmächten, von esoterischen Praktiken oder okkulten Praktiken löst, weil das Blut Jesu ihn aus der Bindung, die diese dunklen Mächte schaffen können, herauslöst und davon befreit. Und wo so etwas geschieht, wo ein Mensch durch Jesus diese Umkehr findet, da löst das bei den Engeln des Himmels eine wunderbare Freude aus. Es finden im Himmel Freudentänze statt, wenn ein Mensch zu Christus findet. Und noch ein weiteres. Danken Sie Gott, ehren Sie Gott über den Engeln. Es gibt eine ganz interessante Situation in der Offenbarung. Da ist Johannes vor einem gewaltigen Engel und er fällt vor ihm nieder, weil er denkt, dass es mit Gott oder mit Christus zu tun hat. Aber in Wirklichkeit ist es ein Engel. Er weiß es nur nicht. Aber der Engel sagt es ihm und sagt, tu es nicht. Ich bin nur dein Mitknecht und der Mitknecht deiner Brüder. Bete Gott an. Das ist die Botschaft des Engels. Bete Gott an. Und das kann man zusammenfassend für alle Engel Gottes sagen. Das ist ihr innigster Wunsch für die Menschen, dass sie zu Gott finden. Dass sie selbst, wie die Engel auch, zu Anbetern Gottes werden. Und ein Blick in die Welt der Engel gibt genug Grund, um zu sagen, ja, das ist ein wunderbarer Gott, der solche Wesen schaffen kann, solch eine Vielfalt an Wesen, solch eine Herrlichkeit um ihn herum. Ich will einstimmen mit in das Lob und in die Anbetung der Engel. Und noch ein letztes. Wir dürfen Gott darum bitten, dass er uns durch seine Engel beschützt und behütet. Das ist der Wunsch der Engel, dass wir nicht zu ihnen selbst kommen und mit ihnen Kontakt aufnehmen, sondern dass wir zu ihrem Schöpfer kommen und ihn darum bitten. Herr, mein Gott, du bist der Schöpfer auch dieser mächtigen, gewaltigen Wesen, die in der Lage sind, mich in Situationen zu behüten und beschützen, über die ich keine Kontrolle habe, die mich herausretten können aus der Not oder die auch meine Kinder aus der Not herausretten können, wenn ich nicht da bin, um ihnen zu helfen. Wir dürfen Gott, den Herrn, den Schöpfer darum bitten, seine Engel zu senden, um uns zu helfen und die, die uns lieb sind und für die wir auch verantwortlich sind. Und so möchte ich in diesem Sinne Luthers Morgen- und Abendsegen verstehen und möchte Sie, liebe Zuschauer, auch mit diesem Morgen- und Abendsegen dem Schutze Gottes anbefehlen. Dort sagt Luther, denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir findet. Dieses Gebet, diesen Segen dürfen wir am Abend und am Morgen sprechen und ich spreche es jetzt auch Ihnen zu, dass Gott seine heiligen Engel sendet, um sie zu segnen, zu beschützen und zu stärken. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017